Das habe ich völlig vergessen. Oh Gott, ähm... Ja. Wow. Damn it. Wow. Oh Gott. 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 Okay Ich war letztes Mal so wirklich einfach zu blöd Ich war letztes Mal so richtig Ladevorgang, okay. Okay, ich war also beim ersten Mal wirklich einfach zu blöd mit dem Timing. Und Double Jump, ganz wichtig. Double Jump und schweben. Oh. Double Jump und dann gleiten, besser gesagt, das hilft ungemein. Hier unten war ja wirklich nichts, ne? Ich hab jetzt beim umgucken nichts gesehen. That doesn't look like it. Alright. Okay. Das war's für heute. 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 Oh, well. Oh, well. Das war's für heute. 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 Oh, yeah. 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 Oh, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Moment. Einen Moment. Moment, bitte. Ähm, da geht's, da geht's, da geht's, da geht's, da geht's. Oh, yeah. Alter, kriegt, da... Alter, weiß, da geht's, da geht's, da geht's, da geht's, da lava, daar... so wird darunter gehen kommen wird daraus ja da geht es nämlich zum boss lang wo genau ich kann das hier nicht wieso kann ich das hier nicht einstellen muss ich mit der maus machen so gucken wir mal wir sind jetzt wir sind jetzt hier wo haben wo waren wir denn noch nicht auf dieser map ich glaube wir waren schon überall auf der map oder haben wir irgendwo noch was übersehen nach scheiß drauf gehen wir jetzt zum boss ich weiß nicht ob das was ich eigentlich tun wollte noch möge noch nötig ist oder ob wir da schon waren oder nicht i don't care i don't know let's do this vielleicht sogar umso besser weil dann laufen wir nicht gefahr die abgrundrüstung zu finden also das teil noch mal ein paar seelen mitnehmen dann hier rein damit kommen wir nicht mehr zurück hier sie lieters höhle muss hinter dieser klebrigen barrikade seien bringen wir das zu ende eine hervorragende idee sonst noch irgendwas hier nein moment was ich will dich nicht noch mal rufen müssen kommen wir hier wieder zurück ich glaube hier kommen wir wieder zurück ok dann wollen wir mal auf geht's